Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, Jasmin, hast du denn schon angefangen, den Arzt zu leveln? Nein, weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo der Arzt zu finden ist, tatsächlich. So, weil wir wollen ja gleich auf Loot-Tour. Und bevor wir looten gehen, ein bisschen wegsortieren. Und das kommt da hin. Da haben wir hier unsere Kiste. Zutaten der Speisen. Äh, ne, da ist aber voll. Gut. Denn, denn sei es so, ne? Äh, und Gras. Wo haben wir denn Gras? Nicht hier. Du kleiner Schlawiner. Ähm. Oh Gott. Systemabsturz. Was wollte ich denn jetzt machen? Also, ich glaube, ich... Achso, hier, ich habe einen Punkt, ne? Also, ich gucke mal. Arzt. Wo haben wir denn den Arzt überhaupt? Der Jägersmann vom Landleben schmerztolerant. Wieder Herstellungseil... Heilfaktor? Äh, du scheinst... Erhalte alle 45 Sekunden. Du bist... Was bist du für ein Tier? Ja, erhalte alle 20 Sekunden einen Gesundheitspunkt durch natürliche Heilung. Kritische Verletzungen heilen 60% schneller. Du scheinst deine Gesundheit extrem schnell wieder... Das kann es aber nicht sein hier, ne? Hm. Ausdauer eiserner Magen. Du scheinst fast immun gegen alles zu sein. Dass du isst, verliere 20% weniger Nahrung und Wasser durch psychische, physische Anstrengung. Halte deinen Atem 156 Sekunden lang an. Verringere die Chance auf Ruhe um 4% und Verbrauchsgütern gewährte Effekte dauern 40% länger an. Du hast einen eisernen Magen und könntest... Oh Gott, diese komische... Wie das ist ein komisches Vieh. Oh, ab jetzt! Du hast einen eisernen Magen und könntest wahrscheinlich sogar Glas essen, ohne zu sterben. Verliere 25% weniger Nahrung und Wasser durch physische Anstrengung. Halte deinen Atem. Das is es, Nisch. Läufer, Eisläufer mit einem kräftigen Herz-Eislauf-System. Lässt du die ganzen... Jasmin? Ja. Was ist passiert? Ich hab jetzt Glascherm gegessen. Ich bin über 70% infiziert. Du kannst keine Glascherm essen. Davon stirbst du. Jasmin, du bist nackt. Ich wär so oder so gestorben. Hm, wir sollten... Hier dein Rucksack, ne? So, ja. Hä, hä. Okay, äh, wo waren wir stehen geblieben? Du hast irgendwas vorgelesen. Ja, Ausdauer. Triathlet erhöht die Ausdauer wieder erst so beim Sprinten um 30%. Aber das ist das nicht. Können wir jetzt erstmal los? Ja. Ah, hier, guck mal. Arzt, da steht's doch. Azubi. Ja, ich gucke. Heilmittelstellen 25... Guck mal, ob du schon Arzt angefangen hast. Ist unter dem Kopf. Unter Intelligenz. Äh, Verbände... Und wann, wo? Arzt. Genau. Nö, noch gar nicht. Dann würde ich jetzt anfangen, den zu leveln, wenn's für dich okay ist. Was soll ich denn noch leveln hier irgendwann mal? Wie viele Punkte hast du denn? Gar keine. Mhm. Ich hab einen Punkt. Ja. Ich könnte jetzt mit dem Azubi anfangen. Mach doch. Können wir jetzt los? Ja, warte. Ich muss denn noch, äh... Scheiße. Weil dann brauchen wir nicht mehr sterben, weil ich will eigentlich gar nicht sterben. Wieso ist hier... Ja, ich auch nicht, aber ich wär so oder so gestorben. Das ist ja das Problem. Weil ich ja nichts... Kein Gegenmittel hab. Das ist das Problem. Verstehst? Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ich weiß ja auch nicht, wie ich mich heilen soll. Kommst du jetzt? Ich esse erstmal ein bisschen was von dem, was du gekocht hast. Ja, kommst du jetzt? Ja, ich... Warte, das schmeckt so gut. Was hast du... Oh! Heu, Jasmin. Ja, ist halt blöd, wenn man weiß, man stirbt so oder so. Weil so viele Antibiotika würden wir nicht finden. Ich sag mal, die... Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 0,0000009%. Pass mal auf, und jetzt finden wir's, ey. Dann raste ich aus. So, kommst du jetzt? Ja, warte doch mal. Ich muss hier doch erstmal... Ich warte ständig auf dich. Mein ganzes Leben... Ach... Geht aus, warten. Dankeschön. Okay, ich bin... Ah, ich brauch noch hier, äh... Trinken hab ich mit. Jetzt bräuchte ich nochmal eine Speise. Wollen wir vorher noch schnell gucken, ob wir ernten können? Dann können wir wieder neu anbauen. Können wir das nicht danach machen? Da geht doch nicht kaputt, oder? Ja, das geht ja auch nicht kaputt. Achso, später. Na, danke. Ja, kein Problem. Dann gehen wir erstmal looten. Na, erstmal ein bisschen Kohle wieder für die Munition. Ja, looten auch, ne? Mal gucken, vielleicht finden wir ja einen Schmelztiegel. Ja, aber lass uns mal ein bisschen zusammenbleiben. Ja. Weil das ist so gruselig da. Ich hoffe halt nur, wir finden einen Schmelztiegel. Aber wer suchet, der findet, ne? Und wer nicht findet, hat nicht gesucht. Meinst du, was findet man da? Irgendwo muss ja ein Schmelztiegel rumliegen, ne? Der ist ja Bestandteil des Spiels. Ey, Jasmin. Was sagt ein Bauer, der seinen Traktor sucht? Verdammt, ich suche meinen Traktor. Voll geil. Ich würde gerne mal da hinten auf dieses Häuschen da hinten machen. Da waren wir auch noch gar nicht. Ich weiß aber außer mit Schwimmen jetzt nicht, wie du da hinkommen sollst. Und da ist die Frage, wenn du keine Ausdauer hast, bis du da bist, ertrinkst du. Wahrscheinlich. Und dann kriegt man deinen Rucksack wieder. Ja, da sollte man vielleicht erst mal probehalber nackt hinschwimmen. So wie der Spiel mit dem Dino, weißt du da? Du hast mir die Vorfahrt genommen. Das Spiel mit dem Dino? Na, wo du die Hütte und so gebaut hast, wo der Dino da... Wo die Dinos auch ja dahin geschissen haben und so. Ach, hier, äh... Wenn du im Wasser gestorben bist, dann hast du immer ganz schlecht deine Sachen wieder gekriegt, weil du da nicht rangekommen bist. Ja, Arc Survival war das. Ja, genau. Ja. Vor allem, wenn denn da irgendein Ungetüm noch im Wasser war. Ja, ja, deswegen. Und nachts warst du blind. Hm. Ich glaube, du hast deine Ausdauer einmal mehr gelevelt als ich. Deswegen bist du auch ständig schneller. Und hast mehr Ausdauer. Oder schneller wieder welche. Kann sein. Aber nicht mehr dahin gehen, wo das Kind schreit, bitte. Hä, das schreit in dem ganzen Gebiet. Oh, warum? Ja. Muss das sein? Ja. Warum? Damit du weißt, dass das ein gruseliger Ort ist. Warst du da schon mal drinne? Ja. Wollen wir da trotzdem noch mal reingucken? Nee, lass erst mal Kohle holen. Erst mal das, was wir brauchen. Ich weiß aber nicht, ob der Bankautomat jetzt noch funktioniert, ne? Wir müssen uns auf den Blutmund vorbereiten. Mit Munition und sowas. Sonst stehen wir wieder blöd da. Aber wir können ja diesmal, warst du da nicht irgendwie noch links eine Straße rein? Wir müssen auch die Schrotflinten noch mit dem Motz versehen, dass das nicht so streut. Was? Kohle. Ja, geil. Nimm doch den anderen. Aber wir sind doch so doppelt so schnell, wenn wir doppelt draufhauen. Na und? Das sind meine Punkte. Ich nimm den anderen und buddel mich zu dir. Toll, ich bin im Grusegebiet. Äh, ich nicht. Noch nicht. Ich bin nass. Ich auch. Und ich hab mal wieder keine Ausdauer. Ich auch. Aber ich weiß ja, wie ich denen entgegenwirke. Wie denn? Mit ein Stückchen Kaffee. So, ja warte mal. Jetzt mach ich das mal richtig hier. Nicht so wie gestern. Ne, wann war das voll gestern? Achso, das war's schon? Ne, du kannst ein bisschen rumstochern, dann findest du wieder was. Ja, ich hab Angst, dass ich hier noch nicht mehr rauskomme. Ja, pappalapapp. Wo ein Eingang ist, ist ja auch ein Ausgang. Mhm. So, dann wollen wir mal die Erde hier ein bisschen beiseite schaffen. Ach, ich buddel nach unten. Was soll der Geiz? So. Buddelt man nicht immer noch unten? Nö, kannst du auch längs weg buddeln. So meinst du das? Ja, ja. Ach, wie gern hätt ich diesen Erdbohrer. Mhm. Aber dafür müsste man Luten gehen. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie was vorhalten, aber wenn wir Luten gehen würden, hätten wir zumindest eine Erfolgschance, ein Rezept oder einen Bauplan für den Erdbohrer zu finden. Ja, geh doch. Und wir brauchen mal so eine Crack-A-Book-Kiste. Äh, Buchladen. Also ich find jetzt nichts mehr. Ah, doch da. Und haufenweise Leben baust du ab, ne? Beim Buddeln wieder. So. Jetzt bin ich auch in dem komischen Gebiet hier. Das war jetzt nur Stein. Ja, da ist nicht so viel. Aber man muss schon ein bisschen graben denn, ne? Ich brab nicht so... Ne, ich komm da nicht raus wieder. Holst du die kaputten Bäume ab? Ja. Ah, dann können wir das zumindest renativieren. Ich geh mal ein bisschen, ne? Ja. Wo willst du hin? Ja, nur hier so ein bisschen abbauen. Weil du buddelst ja wieder so tief da. Ja, komm doch mit rein. Nein. Ja, diese Map, die ist... Ich glaub, das ist die schlimmste Map, die ich je hatte bei irgendeinem Spiel. Echt? So gruselig ist die doch gar nicht. Doch. Dieses Geräus... Diese Geräusche, dann, dass hier alles verkohlt ist. Ich bin voll hier drinnen, ey. Okay. Ich bin voll in dem Level, Alter. In dem Level? Ja. Das hier ist doch nicht das Level. Das nächste Level ist das Level. Ja, wieso geht's denn das jetzt hier nicht? Ah, jetzt. So, hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Ja, ich bin schon wieder gut dabei, mich runterzubuddeln. Ja, nee. Komm mal mit jetzt hier. Ich soll mitkommen? Naja, ein bisschen hier abbauen. Äh, ich baue doch ab. Okay. Kohle. Blei. So. Das hätten wir. Wie viel Kohle wolltest du nur holen, bevor wir looten gehen? Ich bin schon am Dingsen. Hm. Ich fühle mich so ein bisschen hinter Gang. Ja, ich habe doch gesagt, ich gehe schon mal ein bisschen. Ja, ja. Ich wollte looten gehen, du wolltest Kohle abbauen. Und jetzt hocke ich hier in der Kohle-Mine und du gehst looten. Ich meine, ich mache alles. Ich mache die Sachen auf. Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch mehr Kohle. Oder? Nee. Knackt mir so. Und dann liegen hier die ganzen Kisten rum. Ah, Müll. Der faule Müll. Ja, aber da sind auch paar gute Sachen bei. Das Gegenteil von fleißig. Wo bist du jetzt? Im Loch. Aber immer noch? Ja. 100 Meter unter der Erde. Ich bin so weit nach unten. Ich habe jetzt so weit runter gebuddelt, dass es schon langsam wieder warm wird. Hm. Das könnte auch so das Verlies sein aus Batman. In dem Bane gelebt hat. Mh-mh. Bane nicht. Du kennst nicht Batman, den dritten Teil? Wollte nicht. Äh, Dark Knight Rises. Nein, wollte nicht. Welcher ist das? Der dritte. Der mit Bane. Wer ist Bane? Du solltest dein Bildungsstand nochmal überdenken. Auch nicht. Das ist der Teil, wo Bane Batman das Rückgrat gebrochen hat. Der letzte Teil mit Christian Bale. War auch meiner Meinung nach der beste Batman. Was ist das? Was? Batman? Das ist so ein Typ im Fledermauskostüm, der Bösewichte bekämpft. Das ist nur die Soundkulisse. Nicht meine Map, ey. Da hinten ist noch dieses andere. Würde sagen, bei 3000 Kohle ziehe ich aber auch weiter, ne? Ich bin hier schon so ein... Geil. Und wieder dieses Baby. Das Baby der verdammten. Oh, nee, ey. Oh, was knackt hier so. Ja, es ist ganz gruselig hier. Yasmin! Oh, schade, dass ich nicht so ein Soundboard habe, wo ich jetzt so ein Echo einfügen könnte, als wenn ich in so einem Brunnen wäre. Mhm. Das wäre cool. Muss ich mir kaufen. Eines Tages. Aua! Uh, der Sand hat mich geschlagen. Der Sand? Ja! Kam der runter, oder was? Ja! Joa! Hier ist mega viel Kohle. Ob ich mich in das schöne Gebiet durchbuddeln kann? Ich habe gerade Nitrat abgebägt. Eine Mine, oder Fleisch? Ja, ja, nee. Ja, ja, nee? Vielleicht, äh, Mine. Komm, ein bisschen... Also, die Ecke hier nehme ich noch mit, weil ich es ja gerade sehe. Hier wäre halt auch Brechsand, ne? Habe ich auch, zwischendurch. Oh, dieses Geräusch ist so widerlich. Weißt du, was widerlich ist? Keine Ausdauer zu haben. Ich müsste meine Feuermord eigentlich auf die Spitzhacke packen. Dass, wenn ich hier unten puddle, ich auch ein bisschen Licht habe. Ich habe jetzt hier noch ein Stück Kohle. Das kann ich doch nicht einfach zurücklassen. Heavy Metal! Da oben saß noch einer. Hat er gestillt? Auf dem Baum, oder was? Nee, auf dem Dach rum. Ja, der kam ja mir entgegen. Ja, der kam weg hier. Ach, das ist so unfair. Ich will ja eigentlich hier schon wieder raus, ne? Aber ich sehe hier halt noch so viel Kohle. Oh, da ist ein Haus unten. Das Ding ist eine schwarze Goldader hier. Wie viel Kohle brauchen wir denn, äh, für was? Ja, viel, ne? Mhm, mhm, mhm. Habe ich mir gedacht. Er muss jetzt nicht mehr machen. Nein, ich wollte nur ungefähr wissen, was wir eigentlich brauchen. Keine Ahnung. Immer mal so ein bisschen. Na gut, beim Bäume fällen hier in der Region, äh, kriegen wir ja auch Kohle, ne? Ja, ein bisschen zumindest. Ah. So, ich hack den einen hier noch, bis er kaputt ist, und dann komme ich hoch. Hier ist ein Haus noch, ne? Hier ist nochmal so ein... Kohle-Ding. Und da unten ist... Oh. Ja, hier ist Kohle und Nitrat. Das ist gut. Das brauchen wir für die, äh, für, für, für... Wie heißt das? Schießpulver. Nitrat. Ja, ja, das ist auch hier. Ah, ja, ja, ja. Nitrat brauchen wir auch. Oh Gott. Ja, hier ist auch wieder eine Mine hier. Aber hier ist ein Haus, da könnte man vielleicht mal gucken gehen. Ja, dann komme ich jetzt zu dir. Oh, hier ist noch mehr Kohle. Ja, hier ist auch Kohle. Hier ist auch wieder so ein... Ding. Ich markiere mir das hier einmal auf der Map. So. Wir haben hier... Kohlen. Geil. Äh. Ja. Einen kleinen Moment brauche ich noch. Weil? Ich muss mich hochbuddeln. Hier kriege ich nur Lehm. Oha, hier knackt's. Hier ist ein knackiges Gebiet, ne? Bäh. So. Das kann sich nur noch um Tage handeln. Ich bin bald da. Mhm. Ich hab mich tatsächlich zu deinen kleinen Löchlein hier durchgebuddelt. Echt? Ja. So, wo haben wir dich denn? Ich fahr mal mit dem Fahrrad. So, ich komme. Ich bin auf eine Nitritader gestoßen. Oder Nitrat. Oder wie das heißt. Nitrit. Ah, das geht dann noch voll weiter, ey. Stein. Voll so ne, so ne, so ne... Ah, ja. Wie heißt das? Mine hier. Unten geht's weiter. Kannst du dir markieren. Wegen Nitrat. Oder wie das heißt hier. Da geht's unten nämlich noch weiter. Ja, aber das wär cool, wenn wir das mit dem Erdbohr machen würden. Ja, deswegen sollst du es ja erstmal markieren. Wollen wir da ins Haus gehen? Ja. Auf das ein Schmelztiegel uns erfreuen wird. Äh. Ach, moinsen. Na, komm mal hoch hier, Digga. Geh mal wieder runter. Komm mal wieder hoch. Hä, hä, hä. Komm noch. Ja, los, und? Geh mal wieder runter. Hä, 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 hä. Ist ganz schön gemein, ne? So, komm, genug gespielt hier. Der gibt sich da so ne Mühe hochzukommen, nachdem du ihn aufgefordert hast, dich zu besuchen. Und dann schlägst du ihn wieder runter. Dann ist auch noch ein Auto. Oha. Ach, nee, das ist der Baum. Ich wollte gerade sagen, es sind aber viele. So, dann wollen wir hier mal ein Auto mitnehmen, wach? Haben wir ein bisschen Benzin, ein Rohr, mechanische Teile, Plastik, Müll. Ach, geil, Plastik, Müll. Oh, das ist mean. Plastik. Das schmeiß ich gleich im Wald. Was? Was? Ich hab Zement. Zement? Ja, der wollte auch hierher kommen. Wo bist du denn? Äh, drinnen. So. Komm mit zu dir. Ja, das ist gut. Gib mal Rückendeckung, ich will hier den Heizkörper entwerten. Wo bist du denn? Ach, da. Ja, ja, den geb ich mal Schrottier ab. Ich hör hier irgendwo was. Im Keller. Vorsicht, in der Küche schlürzt der Boden ein. Ja, ja. Oh, zwei Kaffee, geil. Äh, hinter dir? Na, gib ihn aufs Maul, Jasmin. Was haben wir hier noch? Ein Herot mit Gammelfleisch. Ich möchte hier doch so gerne jetzt mal hier langsam ein Schmelztiegel finden. Oh, Bücherschnaupel. Papier. Bauplan Erdbohrer? Bauplan Erdbohrer. Nee, Papier. Oh, scheiße. Wieso nehme ich in den scheiß Stuhl mit dir? Wo bist du denn? Wäre schön, wenn wir nicht ganz so weit alle auseinander sind hier. Du bist von mir abgehauen. Ich bin immer noch in der Küche. Hier steht der Rucksack. Du bist ja gar nicht ins Klo gefasst. Doch, aber ich brauche kein Papier. Ja, wo denn? Bestimmt unten. Guck mal, der Kamin ist in der Trappe. Und aus Holz. Weißt du, hier ist ein Geheimgang hinter? Ich bin ein bisschen überladen. Ich muss mal eben kurz was wegsortieren hier. Kannst du mal kurz? Ja. Ah, da kommt da. Ja, ja, die sind unten. Hallo. Bitte nicht infizieren. Ich bin gerade erst wieder gesund. Kommst du klar, ja? Ja, ja. Ja, 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 ja. Was packe ich denn jetzt hier noch weg? Ich nehme den Computer mit, ja? Da sind wichtige Daten drauf. Oh. Ja, ich gehe davon aus, du brauchtest meine Hilfe nicht. Nee. Jetzt nicht mehr. Ja. Willst du ein Bier? Nee. Willst du Nägel? Trübes Brot. Trübes Wasser. Achso, achso, Nägel. Hast du Brot? Nichts Besonderes hier drin, ey. Nee. Bis jetzt. Ich habe ein bisschen Hardware gefunden. Wo bist du denn? Äh, im Keller. Da. Ja, hä? Ich bin auch im Keller. Ich meine, wo genau? Leeres Kepäck. Ach, war es hier schon, ja? Ja. Ich habe ein bisschen was übergelassen hier, ne? Ich nehme kein Papier mit. Und Lumpen? Auch nicht, weil ich habe genug und außerdem habe ich keinen Platz mehr. Oh, das eine ist ein wunderschöner Rock. Den hättest du doch anziehen können. Hier sind wir fertig, ne? Äh, ja, gleich. Ich meine... Na, oben waren wir noch nicht, ne? Ganz oben. Ja. Hä? Gibt es hier noch ein Hör? Ja. Boah, dieses Geschrei. Wo denn? Ah. Da war doch irgendwo ein Treppe. Die nimmst du nicht mit? Die haben deine Lieblingsfarbe. Ich weiß, habe ich auch eben überlegt, aber... Ist egal. Und Kälte und Hitze Widerstand. Klopp, klopp. Aloe Vera Creme. Geil. Bin jetzt schon überladen. Du blöde Kuh. Kam es aber ganz schön mies von hinten. Äh, äh. Ja. Warum? Wettet ihr nicht. Das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Oh, ein Waffenschloss. Verschlossen. Verschlossen. Gibt es hier irgendwo einen Schlüssel dann? Nein. Du, entweder mit Dietrichen, die wir nicht mithaben. Oder... Äh, Fernzünder geht auch ganz gut. Und wir haben beides nicht mit. Ah. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Weil wir wieder total intelligent sind. Oh. Aber zu zweit geht's ja, ne? Ja, wenn nur einer haut, nicht. Ich musste kurz was essen. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass meine menschlichen Bedürfnisse, äh, hinter deiner Neugier stecken, stehen. Doch. Das sehe ich ja schon immer. Was? Ich muss mal einen Kaffee trinken, damit ich hier auf Volldampf komme, ey. Äh, kannst du hier mal mit draufhauen? Nö. Dann warte ich auch. Gute. Haben wir das auch geschafft. Wie ist das das? Groß. Naja, jetzt so. Wie die mega ausbeutet ist das jetzt ja nicht. Hat wo alles mit? Äh, Patronenhülsen. 55 Stück. Äh, hab ich doch mitgenommen. Nö. Äh, ich bin überladen. Ich hab keinen Platz mehr. Ja, ich hab's mitgenommen. Kannst du ja was ins Fahrrad stellen? Ich mach erst mal den Weg frei. 3 Eisenfolksbanken. Höhöhöhöh. War hier noch irgendwo was? Äh, nö. Jetzt haben wir, glaub ich, alles schon durch, ne? Ah, ne? Ach, und wieder kein Schmelztiesel. Kein Bauplan für den Erdbohrer. Nee, irgendwie. Ich sag dir, das ist der heilige Gral hier in diesem Spiel. Erdbohrer und Schmelztiegel. Hm. Ja, wenn du das gefunden hast, hast du das Spiel durch. Wo gehen wir jetzt lang? Hm, wollen wir hier einfach dem Weg folgen? Ja, du hast noch ein Auto, ne? Ja, nehmen wir das Auto noch mit. Willst du erst deine Sachen noch mit deinem Fahrrad packen? Wie geht das? Du musst dein Fahrrad platzieren. Wie geht denn das hier nicht? Oh, dieses Geräusch, ey, das ist so ätzend. Jetzt E gedrückt halten. Und dann in was? Äh, diesen Beutel. Aufbewahren. Ah. Ich freue mich. Oh, scheiße. Kannst du das mal nehmen? Hab ich schon. Eisen, kannst du nehmen? Ja, ich habe auch dein Papier genommen. Ja, ich brauche das nicht. Ähm, vielleicht willst du mir noch was geben. Also ich habe Papier, Stein, Rohre, Nägel, Knochen. Ne, Knochen habe ich weggeschmissen. Ähm, Dosen? Habe ich eingeschmolzen. Also zerlegt. Blei habe ich auch. Ja, Blei habe ich auch. Dann nimm du das mal. Dann haben wir nicht doppelt hier. Ja. Ja, das reicht so. Äh, Fahrrad wieder weg. Äh, in so. Kannst du nicht. Wenn du da was reingepackt hast, kannst du es nicht einstecken. Ach so, dann muss ich damit fahren? Ja. Wie doof. Ja. Hier, Hasen. Ganz viele Hasen, ey. Scheiß, Fahrradfahren immer. Ne, weil ich gehe lieber. Dann muss ich hier erstmal absteigen. Ja. Ich finde auch, ein Fahrrad sollte man sich nur anschaffen, damit es irgendwo in der Garage steht. Erster. Ey, das ist gemein. Vier Dosen. Der ist trotzdem gemein gewesen jetzt. Was ist denn, wenn ich mein Fahrrad hier verliere? Dann müssen wir das wiederholen. Aber deine Sachen bleiben drin. Okay. Lalalalalala. Wie kann man das ignorieren? Was? Da war noch Blei. Im Müll. Ja, ich habe keine Lust, die ganze Zeit aufzusteigen hier. Kann ich verstehen. Irgendwie doof. So. Also hier findest du viele Dosen und Nägel, ne? Mhm. Hier ist noch Kohle. Wie kann man das übersehen, ey? Ja, die wollte ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich dachte, wir looten. Mach doch nicht immer nur eins. Ich mache alles. Okay, ich mache jetzt auch alles. Gleichzeitig. Wenn ich das sehe, dann nehme ich das mit. Mit runter buddeln, oder? Nein. Bin ich jetzt umgedreht? Nein. Was denn? Ich stecke fest. Echt jetzt? Ja. Ich bin hier irgendwie in so ein Schlagloch gefahren. Und ich habe das nicht gesehen. Warte mal. Aha. Dank meiner Stunt-Skills bin ich hier rausgekommen. Wie sie auch einfach weiterfährt. Wie sie mir nicht eindeutig hilft, ey. Oh, danke schön. Deck mir dir, du Schuft. Ich habe das Verlangt, diesen Baum zu fällen. Okay. Für Braveheart. Aber hier Nitrat, das ist auch immer gut. Geil. Aua. Voll auf meinen Kopf. Wo läuft die Rübe? Oh, wieso brenne ich denn schon wieder? Halb. Weiß nicht. Mir ist warm. Stehst du auf irgendwas Heiße? Ach. Keine Ahnung. Oh. 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 Eisen. Nee, mein Fahrrad lag scheiße. Ach so. Die ganze Zeit, der ist auf mein Fahrrad gehauen. Also doch Eisen. Ja. So, lasse ich erst mal so. Jawohl. Mann. Eine Mahlzeit. Was macht denn Nitrat? Ich hoffe, es hat gemundet. Ja, geht so. Äh. Für XP. Oh, hier kommt noch ein Haus. Ja, ich bin gleich da. Ja. Oh. War das bei dir? Was denn? Das Geräusch. Die Frau? Ja, nö, hab ich nicht gehabt. Oh, das Haus meinst du? Yo, hier ist ein großes grünes Haus. Ach, da hinten. Das lädt förmlich ein zum Durchsuchdich. Gar nicht gesehen, ey. Ich packe aber vorne eine Straße, ne? Da steht das Fahrrad besser. Und ein Auto. Ich gehe erst mal zum Auto. Hallo, Jasmin. Oh. Wenn wir andersrum fahren, kommt auch nochmal ein Haus. Ein großes. Hm. Oder ist das der Schottland-Messiah? Huch. Den würden wir hier la... Ah. Hier sind wir schon. Und? Unter uns? Über uns? Kommst du klar? Ja. Oh, okay, okay, okay. Ey, muss ich ja nämlich eher mal den Heizkörper klauen. Bestimmt oben. Hier ist auch noch Kohle, wenn du hier das abbaust. Wenn du was abbaust. Ach so, ja. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Stimmt. Das erwähntest du einst. Ja, erwähnte ich einst. Kaffee-Bohnen. Kaffee-Bohnen. Kika-Kaffee-Bohnen. Hast du getötet? Hä, hier ist er noch irgendwo, oder? Ja, oben. Aber ich brauche gerade einen Kühlschrank ab. Äh. Ja, moin. Kommst du nur her, Junge? Was geht denn bei dir ab, ey? Direkt ins Loch entsorgt. Kommt jetzt mal von oben runtergeflogen. Aber gleich im Loch entsorgt, ne? Ja, da ist er reingefallen, Trottel. Gib Zement über die Scheiße, das Haus verkaufen wir. Alter, du kannst ja hier gar nicht mehr laufen. Hier ist nie was passiert. Oh. Oh. Lass es ihm gar nicht spielen. Ähm. Guck mal hier irgendwie aufs Dach. Nee, ne? Jumping-Skills? Wo? Nein! Ich bin runtergefallen. Ah, da oben. Ist ne Kiste. Oh, geil. Nee, die hab ich nicht gesehen. Ja, ich aber. Mach mal hier deine komischen Backsteine da. Nee, deine... Äh, ich hab keine gerade. Ich müsste welche herstellen. Ja, und? Machst du die jetzt oder nicht? Warte, warte, warte. Äh, musst du nicht eh drücken? Nee, ich muss die erst öffnen. Ah, und jetzt? Und was ist da drinne? Oh, Jens Mied, das glaubst du mir nie? Nix. Soll ich die runterwerfen? Nee. 15 Nägel. Wow. Oh, ein Medizinschrank. Antibiotika. Ja? Nö, ein Glas Honig. Ist ja fast das gleiche. Jaja, der kommt schon. Also hier... Hier ist jetzt nicht so die Wucht gewesen. Ich weiß nicht besonders. Nö. Nicht wirklich. Auf dem Dach ist auch nix geiles. Nee. Nee. So, dann können wir aber einmal hier Kehrtmarsch machen in diese Richtung. Oh, ich brauche die Kohle da mit dem Nahrung. Können wir auch abbauen, wenn du willst? Naja, alles gut. Ich steige jetzt hier auf und dann... Ich habe erst 4.800. Oh. Hoppala. Hoppala. Da war ein Stück ein Stock. Ah, glühender Stockli. Was ist denn das da? Ein Haus. Hä, sind wir nicht von da eben gekommen? Ach nee, das ist der Berg, wa? Geradezu, das ist ein großes Haus. Hä, wir sind doch von da gekommen eben. Da habe ich ja gar nichts gesehen. Nee, wir kamen gerade von rechts. Wir sind ja einmal abgebogen. Haben wir noch Zeit, dir das Auto mitzunehmen? Ja, ne? Knackigen Sportflitzer. Ich glaube, ich habe gar keine... Ach, hier war ich letztes Mal. Genau, hier war ich letztes Mal da. Ein Hund. Ich komme wieder zurück. Ich habe gar keine Reparaturkits. Oh, ein Bär! Ich hau ab. Wo? Da oben. Siehst du den nicht? Auf dem Hügel da oben. Und ein Hund kommt auch noch. Ja, Hund kommt auch noch. Ja. Wo willst du hin? Richtung Stadt eigentlich. Warum steigst du nicht auf? Ach so. Warte auf dich. Okay, okay, okay. Ich bin soweit. Aber, Jasmin, wir haben 45 Minuten. Ja, dann mach schnell. Alles klar. Dann würde ich sagen, das war es erstmal für heute mit 7 Days to Die. Schaltet morgen gerne wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. 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 Und... Tschüss. Tschüss.